Mit solchen Nummern kriegt man hier nix. Da bekommt man die Elo-Punkte nicht. Da gibt es direkt die Revanche von Gomme und dann BOOM! Gomme-Mode. Heyo Minecraft-Freunde, willkommen zu einer weiteren Runde von Minecraft Ranked. Wir starten durch und versuchen heute uns mal an 1300 Elo. Das wird eine harte Nummer, glaube ich. Woran ich mir bestimmt lange die Zähne ausbeißen werde hier. Und es wird hoffentlich ein paar spannende Kämpfe auch geben, aber es ist auf jeden Fall so eine Sache. Ich weiß nicht, ob ich diese 1300 Elo hinkriege. Denn, naja, das hatte ich noch nie. Und besonders eintrainiert bin ich heute auch noch nicht. Und der Gegner, der ist ja mega passiv. Der macht ja gar nichts. Ah, jetzt kommt er. Zack. Oh ja, ich habe ihn gut mit dem Bogen erwischt. Noch ein Bogentreffer. Jawoll. Huiuiui. Gut, das war schon mal eine erfolgreiche erste Runde. Ich würde vorschlagen, genau in dem Stil machen wir weiter. Nicht zu stark angreifen, sondern wenig mehr die Bogentreffer verteilen. So, und da kommt er wieder. Er ist diesmal anscheinend ein wenig eilig. Ich aber auch anscheinend, wie ich hier gerade rumrushe schon wieder. Wo ist mit der Pfeil? Ich sehe den gerade gar nicht. Hier habe ich doch einen hingeschossen. Der möchte nämlich jetzt, dass ich meine Pfeile hier an ihm verschieße. Aber nichts da. Komm mal her. Na. Zack. Ja. Ja, nicht mit mir. Oh. Auweia. Das kriegt er. Ne. Hui. Huiuiui. Ich habe echt gedacht, dass er die Runde locker gewinnt. So, 20 Elo haben wir. Oh Mann ey. 20 Elo haben wir. 1260. Huiuiuiui. Leute. Die Knie, die schlottern hier. Ich möchte unbedingt diese 1300 Elo. Bitte, bitte, bitte. Der erste hat momentan 2422 Elo. Und ähm. Ja. Weiter geht's hier. In einer weiteren Runde. Tricky Luca. Mal gucken, ob der so tricky ist, wie er es im Namen stehen hat. Den Bogen, den, den Bogen sage ich schon. Den Pfeil. Den habe ich mir nochmal wiederholen können. Hier hinten dürfte auch noch einer sein. Okay, ne. Den finde ich nicht wieder. Mist, ich treffe auch den nicht. Der ist mir, der ist viel zu mobil. Aber den Pfeil, den habe ich wiederbekommen. Ja. Alter, wir treffen ja beide nicht. Oh, war ja. Das wird eine knappe Nummer. Nein, das war eine mega knappe. Na gut. So, es, okay, eine halbe Herze hat er noch. Okay, okay, okay. So mega knapp war es dann vielleicht auch nicht. Aber, das war schon mal Mist. Von dem Bogen, der fand ich so gut. Nein. Nein. Wäre er da mit dem Kopf noch einen Moment länger geblieben, dann hätte ich ihn locker bekommen. Lass mal den Bogen. Wahrscheinlich, lass dich den Bogen. Dann lass du deine Angel, Mann. Alter. Alter. Alter, jetzt geht es aber los hier. Jetzt geht es aber hier los. Okay, 1-1. Mann, okay. Es ist wieder mal spannungsgeladen. Aber was tut man nicht alles? Für 1.300 Elo. 300. Über den 1.000, das finde ich, ist für mich persönlich, jeder hat da ja seine eigenen Standards. Schon mal einen super Maßstab. So, erstmal wieder mit der Angeln ein wenig irritieren. Das macht er ja auch immer. Hallo. Zack. Zack. Na? Wo ist er? Ja. Volltreffer im Kopf hier. Okay. Mist. Nicht getroffen. Oh, nein. Oh, war er. Oh, da hat er mich bekommen. Mit einem halben Herz hat er überlebt. Mit einem halben Herz. Das. Das. Nenne ich knapp. Mann. Okay. Noch mal auf ein neues. 1260 Elo. Auf geht's. Ich hatte sie ja nicht schon eben gerade. Ich würde gerne viel lieber gegen Hungry Block 7 kämpfen. Das wäre viel cooler. Naja, naja, naja. Was soll ich dazu schon großartig sagen? Tricky Luca. Schon wieder gegen Tricky Luca. Ich habe doch gerade erst gegen ihn gekämpft. Ich habe doch gerade eben gekämpft gegen ihn. Oh. Er teilt auch gut aus. Zack. Oh, nein. Nein. Oh, weia. Oh, weia. Mist. Da hat er mich schon wieder bekommen. War das nicht eben genau so? Erste Runde ging an ihn. Die nächste dann wieder an mich. Mal gucken, ob das diese Runde auch so wird. Treffer. Der war auf jeden Fall ein guter Treffer. Noch ein guter Treffer. Der war schön durchgezogen. Oh. Nein. Okay, okay, okay. Okay. Jawoll. Huiuiui. So, 1-1. 1-1. Haben wir eben gerade in der Vorrunde gegen ihn gekämpft? Ja, leider. Er hat da gewonnen. So. Deswegen spielen wir jetzt nochmal gegen ihn. Das ist insofern die Revanche, kann man sagen. Zack. Zack. Was macht er? Ich hasse Leute, die immer so mit diesem Blocken das machen. Und ich weiß auch nicht, warum er das macht. Aber ihr habt ja gerade selber gesehen. Er blockt da irgendwie die ganze Zeit. Okay. Jetzt haben wir ihn in eine Ecke gedrängt. Und dann holen wir uns ihn mal. Genau, da kommt er nämlich auch nicht mal raus. So. Komm schon. Komm schon. Komm. Jetzt ist der Wille da. Seht ihr nicht? Er regeneriert nämlich die ganze Zeit. Ja. Okay. Das hat ihn nochmal schön Herzen gekostet. Jetzt ist er dran. Da muss er selber einsehen. Das waren eben meine Elo-Punkte, die er sich da von mir geholt hat. Das waren eben locker meine. Mit solchen Nummern kriegt man hier nichts. Da bekommt man die Elo-Punkte nicht. Da gibt es direkt die Revanche von Gomme. Und dann BOOM. Gomme-Mode. So. Aber jetzt sind wir auch erstmal wieder in Anführungszeichen erst auf 1260. Es geht weiter in der nächsten Runde. Ich warte, jetzt spiele ich schon wieder gegen Tricky Luca. Mal gucken. Nee, okay. Gegen einen neuen Gegner. Einen neuen Gegner. Elo? Tja. Was sage ich denn nicht? 1000. 1400. Dann hat er mal ein wenig Angst. Oh, war er. Oh, war er. Da kommt er ja direkt in Angriff über. Was macht er denn? Komm. Ja. Alter. Er hat nicht mehr viel Herz. Er hat nicht mehr viel Herz. Ja. Huio. Da pumpt das Herz dir aber auch hier. Hört ihr das? Bum, bum. Bum, bum. Ah. Nächste Runde. Das war eben, ähm, psychische Manipulation meinerseits. Er denkt, ich bin der Oberboss. Zittert deswegen vielleicht auch beim, beim Kämpfen. Aber wenn er wüsste, dass ich noch keine 1400 Elo habe. Was er mir bestimmt eh nicht glaubt. Oh, weil das war aber kein Move für 1400 Elo. Oh, 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 oh. Ich habe noch halbe Herzen gehabt. Also, sehr cool. Noch eine Runde gewinnen. Na, haben wir schon die 1300. Okay, aber das mit einer harte Nummer kommt schon. Ein guter Gegner, der wirklich meiner Leistung entspricht. Ja, das Schöne war, die Suche hat nicht mega lange gedauert. Das heißt, dieser Radius hat sich nicht unnötig weit gestreckt in Gebiete, wo, meinetwegen, wo wirklich einer mit 1400 plötzlich gegen mich kämpfen würde. Jawohl. Das ist doch der von eben gerade. Zack, Treffer. Jawohl. Eingeengt in der Ecke. Ja. Okay. Jetzt nochmal. Einschlag. Zwei, drei. Jetzt hole ich mir ihn. Oh. Viele Herzen hat er auch nicht mehr. Ja, jetzt hängt er fest. Jetzt hängt er fest. Und ich hoffe, ihr konntet was sehen. Weil am Ende war es immer nur so ein... So eine chinesische Kampfkunst war das. So ein heftiger Kampf, wo man schon gar nicht mehr als Betrachter richtig mitbekam. Was passiert da gerade? Was für tausend Schritte werden da gerade ausgeführt? Oh, er geht aber auch voll aufs Ganze. Zack. Ja. Und das sind die 1300 Elo. Ja. Sehr cool. Das freut mich extrem. Mua. Und da sind sie. Und dabei belasse ich das auch für heute für dieses Video von Ranked. Ich habe mein Ziel geschafft. Eine Runde musste ich auch mal verlieren. Aber ich bin jetzt auf 1300 Elo. Das freut mich extrem. Ja, Leute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann würde mich extrem... ...eine Bewertung freuen. Und ja. 1300 Elo. Ich kümme mir jetzt eine Currywurst. Nein, keine Ahnung. Ich freue mich darüber auf jeden Fall. Und ja, dann würde ich sagen, haut rein. Das wäre es für dieses Video. Und tschö mit Ö.